Dunkle Grüße und Willkommen zurück zu Final Fantasy 9, wo ich überlegen muss, wie ich jetzt zum Theaterviertel komme. Oder bin ich schon da? Ich glaube... Ach da, achso. Ich dachte, hier komme ich zur Lufttaxe. Dann gehe ich halt da lang. Ja doch, es kommt mir ein bisschen vertraut vor. Einmal bitte Theater... War das Theaterviertel? Na ja, ich glaube schon. Doch, doch, müsst ihr eigentlich. Wir müssen ja zu Sinna. Wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls. Mal schauen, mal gucken. Aber es müsste eigentlich schon so sein. Ja. Hallo? Tag. Dann wollen wir mal gucken, was sonst der gute Cinnamon so zu sagen hat. Oha. Sequenz. Dieser Junge da. Ist das nicht... Ja, das ist er. Hey du. Gah. Du hattest recht, er ist es. Ah. Wenn das mal nicht das Pärchen von damals aus Bomets hier ist. Ohne dich hätten wir es damals nicht geschafft. Aber das war doch selbstverständlich. Freut mich aber, dass es deinem Mann auch wieder besser geht. Ja, ja. Danke nochmal und so. Jetzt gehe ich gerade schon wieder wie Dingens. Naja. Uns ist es danach glücklicherweise irgendwie gelungen, bis hierher nach Lindblum zu schaffen. Tja. Viele aus Bomets hier sind hierher nach Lindblum geflohen, weißt du? Ah, so war das also. Ja, war wirklich eine schlimme Sache damals. Aktives Time-Wand. Es wieder Wettmachen. Ach, die Musik ist herrlich. Freya. Ihr seid also wohl auf. Hm. Und wie ich sehe, ihr auch. Ja. Wir haben uns irgendwie nach Lindblum durchgeschlagen. Aber die meisten hatten nicht so viel Glück, ja? Dann zum Beispiel nicht. Mögen Frieden ruhen. Aber solange wir leben, besteht noch Hoffnung. Was habt ihr jetzt vor, Freya? Ich werde mit Seef und den anderen diesen Kuhjahr verfolgen. Wie sieht es mit euch aus, hm? Wir werden alle zusammenrufen und Bomets hier wieder aufbauen, ha. In den Blumen haben wir viele von uns einen Zukunft, einen Zufluchtsort gefunden. Aber auch in anderen Regionen hat es uns verschlagen, tja. Wir wollten euch aber auch um Hilfe bitten, aber, hm. Ich verstehe. Sobald dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat, werde ich wieder nach Bomets hier zurückkehren. Verzeiht aber, bis dahin müsst ihr es alleine schaffen. Jawohl. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Auf das wir euch bei eurer Rückkehr ein stolzes Bomets hier präsentieren können, Freya. Stehen eurer Schuld. Das wäre doch jetzt eine Frattley hier. Irgendwo ist er ja, wahrscheinlich. Oder auch tot, weiß man halt nicht. Nun ja. Ach ja, da ist etwas, was du unbedingt sehen musst. Ja stimmt, war ja ein Versprechen. Hä? Hey, kommen mal kurz alle her, ja? Okay. Ohoho. Das sind unsere Kinder. The fuck, die wachsen wohl schnell, die Ratten. Lachen. Ja. Wir hatten allerdings nicht gedacht, dass du dir sie ja schon in dem Tum zu Gesicht bekommen würdest. Tja. Wie ist das denn, Papi? Das ist der nette Junge, von dem wir euch erzählt haben. Der Lebensretter von Papi und Mami, wisst ihr? Ach so. Was genau ist denn so ein Lebensretter? Der wichtigste Freund, den man haben kann. Tja. Haben die Haare oder Mützen? Ich weiß es nicht genau. Ich denke eher... Hm. Es scheint eher Mützen zu sein, hm? Nimm Zippeletten dran. Komisch. Du bist der wichtigste Freund von Papi und Mami? Boah. Naja. Man hat doch gerne geholfen, hm? Eines Tages möchten wir wieder nach Hause zurückkehren, nach Bometia. Wir versuchen gerade alle Flüchtlinge von überall hier zusammen zu trommeln, um langsam mal die Wiederaufbaupläne für Bometia zu besprechen. Um alles wieder aufzubauen, wird es sicherlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich denke, wenn wir fertig sind, dann... Naja, und das wird noch sein, bevor die Verdracker hier erwachsen sind, ja. Mami, können wir wieder spielen gehen? Klar, doch sicher. Aber geht nicht zu weit weg, ja? Diese Kinder sind Bometias neue Hoffnung. Wenn Bometia wieder steht, dann besuch uns doch mal. Du bist jederzeit willkommen. Falls du mal irgendwas brauchen solltest, du kannst mit jedem Problem zu uns kommen. Danke, ich werde darauf zurückkommen. Man fragt sich gerade, ob die jetzt auch hätten nicht gerettet sein werden tun können. Hätte ich damals die Evakuierung anders... also da die Leute anders weggeschickt. Weiß ich nicht. Oh, aufgefüllt. La Pesla Zudi. Fragezeichen von Dezi. Egal, ich fahr kann man danach. Hör mal, ich bin ein Künstler und kein Apotheker, hm? Aber wenn du sie irgendwo finden solltest, dann bitteschön, bedien dich einfach. Okay. Irgendwo finden, einfach bedienen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wie, was, wo, Medizin, wofür und so. Würde schon unser Grund haben, nehme ich an. Muss ja. So, ich hau da mal ab. Die erfolgen mich mit ihrem Blick. Frech. Hier steckt ihr also alle, hm? Ja, du bist safe, ah. Du bist also schon wieder auf den Beinen und so. Ach, bist du wieder hier sonst, der Wichs? Schön, dich wiederzusehen. Putz munter und so. Yep. Oh, danke, Leute. Ach ja. Hast du Blankstum getroffen und so? Ja, ja, gerade vorhin im Schloss. Wieso? Ja, ja. Was hast du auf deinem Herzen, hä? Bist du ja nicht nur zum Rumquatschen kämmert, Sifix? Tja, ähm. Na ja, eigentlich hätte ich doch eine ganz, ganz, ganz kleine, bitte. Du hast doch Wundermedizin, oder? Ach ja, okay. Dann doch für alles offensichtlich. Hobby, Sifix. Meinst du, du borgst mit dir mal eben kurz, hä? Kein Problem, Sor. Wurde, Mastifix. Möchtest du dich denn nicht wieder uns anschließen und so? Ich überleg's mir, wenn sich Eils einigermaßen beruhigt hat, hä? Ohne dich ist es nicht dasselbe, jep. Sifix. Wundermedizin. Okay, jetzt hab ich ja beide offensichtlich schon. Wozu brauchst du denn Medizin, Sifix? Um den Herzog wieder in einen Menschen zu verwandern? Tja. Wow. Danke auch. Okay, siehste, worauf ich die Medizin hab ich mich gefragt. Ja, eigentlich offensichtlich. Ich frage mich nur, war es jetzt gerade Zufall, dass ich da gequatscht habe? Weil ich mich nicht erinnern kann, dass der jetzt speziell erwähnt wurde. Andererseits hab ich ja gerade allgemein nicht gewusst, warum ich Medizin brauche. Daher hat das vielleicht nichts zu heißen. Also, wer weiß, wer weiß. Erstmal gucken, ob das schon reicht, aber ich glaube, Samus die zwei Medizinarten nicht brauchte. Seltsame und wunderbar Sammeln. Wunder, tolle, tolle, ultra. Mega Medizin, so irgendwie. Ja. Da bin ich. Und weiter geht's. Ach, das stimmt, genau. Hier war ja die, die, die Lindblumen, ähm, die, die Hildegard. War hier stationiert. Nicht etwa ein, ein, ein Taxi für mich. Denn, 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 äh, Platz da. Frecher Kerl. Einmal da oben, bitte. Ich muss dringend zum Sitt. Und, ab dafür. Einmal gerade durch, zum roten Teppich, na, ganz klar. Der muss ja für mich ausgerollt sein, weil der ist schon unten, ne? Nicht aubern, sondern unten. Und, ich hatte natürlich nicht recht. Oh. Oh. Ne, mit die Rüstung. Schild, Sitt, der fünfte. Angefälligt vom Hofschmied Fabriazio. Fabra, Fabrazio. So ne Bratze. Interessiert aber nicht wirklich. Lass mich mal eben durch, bitte. Na. Ja, ja, ich weiß nicht. Hä? Äh, aber ich hab Medizin. W-w-w-w-w-w. Also, danke. Das weiß ich auch. Ich komm nicht. Äh, was? Ach so. Hä, ich komm nicht rein. Sauerei. Braucht doch noch eine Medizin am Ende? Ich geh's ja gut, ob hier irgendwie jemand ist, mit dem ich quatschen kann. Ah ja, halblang und so. Ja, schon klar. Bla, bla, bla. Das ist jetzt aber blöd gelaufen. Brauch ich aber ja doch drei Teile für die Medizin? Wenn ja, muss ich jetzt erstmal irgendwie so freischnauze rumlaufen, weil ich keinen Plan hab, wo. Zumal ich ja auch die eben gerade nur zufällig gefunden habe beim Künstler. Ich werde ja wohl mit jedem quatschen müssen. Bis auf den Burgpersonal. Das, äh, ignoriere ich mal gekonnt. Äh, wieso kommt mir das nicht so zittern? Was soll denn das? Nur wenn der Oldienz erlaubt nicht klar. Ich hab die Medizin für ihn, Mann. Der will doch keine Zippe mehr sein. So ein fieser Typ. Hilfe wollen aber nicht, nicht nehmen, oder wie? Das ist ja komisch. Ich muss hier offenbar noch irgendein Ereignis auslösen vorher. Nur ist hier auch keiner, wie es aussieht. Oh, Mann. Nee. Tut mir voll leid und so für dich. Mann, oh. Ich will weiter in der Story. Ich weiß nur nicht wo, oder wie. Wo ist denn da hin? Na nun, warte mal. Aha. Ich wollte unbedingt mal auf der Hilde gerade zwei anheuern. Hm. Wann wird wohl das neue Schiff des Großherzugs fertiggestellt sein? Wenn ich mal irgendwie die Medizin ranbringen kann. Aber er will sie nicht haben. Offenbar. Achso, ich sag nur der Werk- und Arbeitsplatz. Hab aber keinen Sitz zu sehen. Nee. Die Fertigung des neuen Luftschiffs geht voran. Aber die wichtige Schütterkeit nur der Großherzug. Bist du einen gewissen Punkt schaffen wir es auch alleine. Dann sind wir aber auf den Großherzugs angewiesen. Idioten. Nichts haben die drauf. Überhaupt nichts. Wieso komme ich denn da nicht hin zu ihm? Brauche ich denn noch? Vielleicht drei Teile für die Medizin oder was? Der war nicht nett. Freier hier? Auch nicht. Mannu. Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss, aber ich denke mal ins Einkaufsviertel, denn da war ich noch nicht so. Wer bist du? Wer bist du? Beamter. Immer wenn ich auf mein Schiff warte, dann wird es lacht, dass ich hier die Statue gehe. Mal gucken. Sid Fabel der Erste. Jubiläum zum 500-jährigen Bestehen des Großherzugtums. Angefettigt von Bildhauer Roland. Also wird ein Typ hier so 100 Jahre alt, ja? Weil gerade ich da irgendwie Sid der 5. gelesen habe, wobei ich nicht weiß, welcher... Wahrscheinlich wäre Sid erneute angemessen für den aktuellen Sid, aber ich glaube, der Gag ist bestimmt nicht reingekommen in das Spiel. Dann käme das auch fast realistisch gesehen hin mit den 500 Jahren irgendwie, aber naja. Ich hoffe, hier ist irgendwo Medizin. Hier zum Beispiel. Ah! Jetzt, wo das Industrieviertel nicht mehr steht, da müssen wir eine völlig neuartige Industrie aufbauen. Medizin suchst du und da kann ich dir leider nicht helfen. Okay, ich muss das echt hier ein bisschen suchen. Nee, dich wollte ich auch fragen eigentlich. Also echt noch rumfragen. Ich habe von meiner Oma gehört, dass der... Habe ich schon. Das habe ich schon. Ich bin auch jetzt bei der Medizin... Medizinarten oder was? Das war ja ein Tipp, den ich offenbar nicht brauchte, weil ich habe schon. Ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet der Medizin. Bitte werde nicht also an jemand anderen. Der zum Beispiel sieht total kompetent aus. Hm? Kenne ich nicht. Habe ich nicht. Ich glaube, der ist schon ein, der es hatte. Ja, die wurde früher gerne benutzt. Ist aber nicht mehr weiter verbreitet heutzutage, oder? Danke für den krassen... ...Antwort-Satz. Also sehr, mit Medizin kenne ich mich leider so gar nicht gut aus. Komm jetzt aber noch lang? Ja. Aha. Medizin. Ich bin gerade so beschäftigt, um irgendwelche Auskünfte zu geben. Das sehe ich. Ja, ja. Rumstehen tust du. Ja. Komme mir irgendwie bekannt vor. Aber ich habe schon so viel Medizin genommen. Da kann man sich nicht mehr an jede einzelne erinnern. Alter Sack. Da weiß ich nichts drüber. Frag mal meine Schwester. Da weiß ich nichts drüber. Frag mal meinen Bruder. Da weiß ich nichts drüber. Frag mal meine Schwester. Da weiß ich nichts drüber. Frag mal meinen Bruder. Ach, Mann. Ich habe eine blöde. Jetzt seid ihr aber... Du wirst du in Medizin... Willst du mir... ...unterstell dich, wenn du was in meine Gurken tun? Jetzt, wo du es sagst, kommt der Verdacht auf. Weil es eben war ja noch nicht da. Uh. Eine Taubelzeit Babys und zwei Kisten darunter. In letzter Zeit sind die Vögel hier so laut. Ich kann mich kaum noch aufs Spielen konzentrieren, Mann. Aber was soll's? Dann halt Vögel. Dann sammle ich halt Vögel. Bäh. Kartenstadt... Ja, weiß ich doch. Hab ich doch gewonnen. Easy war das doch. Plopp. Nett, aber... Hab ich schon. Nett, aber hab ich schon. Ich wollte Medizin. Ich hab doch jetzt... Was soll ich denn noch machen? Ich vielleicht nochmal zum Großherzog versuchen zu gehen. Weil irgendwie haut das ja so nicht hin. Hoppala. Ich weiß nicht genau, wovon du eigentlich sprichst. Aber frag mal meine Schwester. Den Spruch kenne ich irgendwie schon. Bist du deine Schwester? Bist du deine Schwester? Da kann ich die Leute nicht weiterhelfen. Also der Beste war schon gewesen hier, der wirklich... Also da, wo ich war halt, ne? Tut mir leid. Darüber weiß ich nichts. Nee, jetzt sehen könnte ich mich nicht aus. Aber frag doch mal Alice. Who the fuck is Alice? Ja, ja. Nee, nicht die. Ich wollte hier... Nein. Ja, ja, schon klar. Zack, Frisur. Nee, ähm... Mal kurz reinschauen. Wobei, ich glaube, ich war ja erst gerade gewesen. Andererseits... Ist das zumindest ein Stab? Den ich nicht habe. Und den habe ich auch nicht. Und den habe ich auch nicht. Also kann man ruhig... Und Chimierenreif offenbar auch. Ganz passabel. Und ich habe davon nicht so viele. Oha. Oha. Also ich war nicht hier. Oh, ich habe gleich mehr Geld mehr. Uh, oh, 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 oh. Ist ja gar nicht mal so gut wie mit dem Geld. Gleich mal. Daher haben wir noch was zum Lernen. Poker, Herz, Vollmond, HP. 20 Prozent, yeah. Das ist ein gutes Chakra-Band. Nichts Neues. Ach, toll. Ist nicht mal gut. Man gibt es da Reflex mehr, aber dafür so viel Z-Reflex weniger. Nein, danke. Mit anderen Worten. Tja, und ich wollte noch in der letzten Ausnahmesession so weit kommen, dass ich hier grinden kann. Immer noch nicht so weit. Bist du Alice? Ja, aha. Die herrliche Medizin hatte ich im Sortiment. Einen Moment, bitte. Aha. Da hat er nicht. Drei Medizinsarten. Mediziner. Ah, da ist sie ja. Hm. Ist Zeit, dass erstaubt das Fläschchen, aber wenn du sie willst, schenke ich sie dir. Die wird sowieso niemand kaufen wollen. Ja. Jetzt haben wir alles zusammen. Dann auf zu Sid. Per Teleport vielleicht oder so? Nein. Natürlich nicht. Ich kann ja mal nochmal eben beim Schmied gucken, wenn ich schon mal hier bin. Jaja, verschmutzt und stumpf sind die. Tatsache, eine neue. Mitrialdreusch und Gladius. Hab ich die nicht alle? Wahrscheinlich eine von beiden gerade ausgerüstet, wa? Muss ich ganz kurz gucken. Nee. Mitrialdreusch und Gladius. Hab ich doch beide. Hä?